Ah, ja, das war ganz gut, vielleicht war auch ein bisschen gewesen mit dem Aufsitzenden. Ja, ja, das war geil. Bei mir war es erst mal, weil ich in der ersten Zeit habe ich gerade getreten, weil irgendwie war es überhaupt nicht kalt, der von der Formel ran ging. Aber wer geht das erst mal? Eigentlich hätte ich gern lieber ein Abel-Roy, aber ich weiß, scheiße, aber viel halt. Ihr war es ganz gut, ja? Ja, ich bin ganz gut, ja. Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's?